Das ist Sunny. Mal wieder macht sie den ganzen Tag Musik. Dabei träumt sie von allen möglichen Dingen. Von einer tanzenden Kreatur, die schön und hässlich zugleich ist. Von einer Katze, die so unnahbar ist, dass keine andere Katze sie erreichen kann. Und von der Revolution. Dabei entstehen unzählige Lieder. Und die sollst du auch hören. Deshalb schreibt sie alles auf. Fiete und Daniel warten schon sehnsüchtig auf den neuen Stoff. Und drängeln ungeduldig. Denn sie können es kaum erwarten, die neuen Songs mit Sunny zu proben. Das ist die Band Travellers Diary. Und mit der wollen sie in die Welt hinaus. Ein Album von ihnen gibt es schon. Es heißt The Traveller and the King. Jetzt proben sie an ihren neuen Songs und fallen so lange an ihnen herum, bis sie zufrieden sind. Die 10 Besten wählen sie dann aus und die sollen auf Album Nummer 2. Doch bis das fertig ist, haben sie noch einen langen Weg vor sich. Sie setzen sich also zusammen und besprechen alles, was noch zu tun ist. Zuerst brauchen sie ein professionelles Studio und einen Tonmeister, der besonders gute Ohren hat, sodass er alles in bester Qualität aufnehmen und produzieren kann. Außerdem laden sie ein paar Gastmusiker ein, die für manche Lieder noch zusätzliche Instrumente einspielen. Dann muss die CD im Presswerk hergestellt werden und ein Design für Cover und Booklet entworfen werden. Auch für Werbung über die Medien muss gesorgt werden, damit alle erfahren, dass das neue Album von Travellers Diary da ist. Und die Katze braucht eine neue Krone. Die alte ist kaputt. Das alles muss natürlich bezahlt werden. Die drei brauchen also eine ganze Menge Geld. Deshalb haben sie sich bei der Crowdfunding-Plattform Startnext ein Profil angelegt und brauchen nun Fans und Unterstützer. Auch du kannst ihnen helfen. Für deine Hilfe bekommst du auch eine Gegenleistung. Zum Beispiel kannst du über diesen Weg die neue CD einfach vorbestellen und bekommst sie dann, wenn sie fertig ist, einfach zugeschickt. Dazu gehst du auf die Website www.startnext.de slash neue CD von TD und wirst zunächst Fan und dann Supporter, also Unterstützer. Dann steht dem neuen Album von Travellers Diary nichts mehr in his chair. It's the guy from somewhere who states, well, I'm no traveler no more.